23. Mai 2021, Sonntag. Ich habe heute eine Dienstaufsichtsbeschwerde abgeschickt und eine strafrechtliche Prüfung bei der Staatsanwaltschaft eingereicht zu den Vorkommnissen am 11. Mai 2021. Ich habe wieder Erfahrung mit dieser strafrechtlichen Bewertung. Da kommt bis jetzt noch nicht viel raus, aber ich warte mal ab, was da passiert. Schönen Sonntag noch.